Oh ja, ausweichen, yeah, uh. Oh, fuck. Na ja, komm. Fuck. Okay. Die Umgebung nutzen, das probieren wir dann auch gleich mal. Okay, nutzt eure Umgebung, um Gruppen von Gegnern zu steuern. Okay. Okay, tretet ein Objekt auf einen Gegner, um ihn zu betäuben. Das verschafft euch Zeit, um euch mit anderen Gegnern zu duellieren. Ei, 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 das sehe ich aber auch ganz genauso. Hier, du Saftnase. So. Oh, Ficken. Ich habe den zwar gesehen, aber ich dachte mir, ich bin ganz clever. Ey, Freundchen. Okay, geht treten überhaupt? Ich probiere es gleich nochmal. Ja, man kann die wegtreten, okay. Gott, ich bin gleich erledigt. Okay. Okay, okay, okay. Sehr schön. Drücke BB, um zu rollen. Aha. BB, um zu rollen. Das hatte ich ja vorhin selber schon rausgefunden. Okay, cool. Ich finde gut, dass man die Energie wiederkriegt, aber man muss auch echt aufpassen, wie ich gerade gelernt habe. Es kann sonst sehr schnell nach hinten losgehen. Oh. Gucci, Gucci, Gucci. Ha, ha, ha. Hauptsache Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, 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 Gucci. So, okay. No way. Heutzutage wird alles verboten. Wie ertragen die Bürger das? Gute Frage. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hä? Was waren die Jungs denn für Noobs jetzt? Jetzt habe ich noch eine große Schnauze. Gleich werde ich wahrscheinlich zerlegt. Von genau so einer Truppe. Okay. Okay, okay, okay. An alle Händler und Gewerbetreibenden. Heute ist ein gesetzlicher Feiertag, um die Geburt unseres geliebten neuen Bürgermeisters zu feiern. Alle Geschäfte und Märkte müssen an diesem Tag geschlossen bleiben. Bitte beachtet diese Ankündigung, da Verstöße erbarmungslos bestraft werden. Wir danken für die Kooperation und wünschen allen einen angenehmen Feiertag. Okay. Gezeichnet das Amt des Kondel Duke. Keine Ahnung. Gezeichnet das Militär, sie sagten. Es wird leicht, sie sagten. Hä? Wer redet? Wo redest du? Okay. Da oben ist auf jeden Fall eine Stange. Zack. Ich frage mich, ob wir die Gegner gerade auch hätten umgehen können. Aber... Vermutlich nein. Ah, ja. Mehr Gäste. Ich glaube, die Wörter muss rausgehen. Aber du kannst das nicht, Adalia. Kapitriere die Frau erst. Dann schnapp den Zester. Ich bin kein Zester. Ich bin ein lokales Volk-Heroe von großem Renauung. Ich glaube, dass im Hintergrund manchmal Sachen noch aufploppen. Das liegt halt tatsächlich daran, dass mein Rechner schon etwas älter ist. Aber bisher läuft es eigentlich relativ gut. Ich bin zufrieden. Shall we begin? Ja, okay. Das mit der Umgebung wissen wir ja jetzt schon. Denkt dran. Nutzt eure Umgebung. Mhm. Müssen wir das nochmal lesen? Ich weiß es nicht. Um Zeit zu gewöhnen und eure Gegner zu zerstreuen. Betäubte Gegner sind für eine Zeit lang handlungsunfähig. Einige Aktionen können Gegner auch überraschen. Was sie für eine kurze Zeit aufhält. Na dann. Oh. Moment. Moment Jungs. Moment Jungs, hab ich gesagt. Nein, weg da. Nein. Dreh doch die Kamera. Oh boy. Ah, fick. Fick you. Na komm. Oh Gott. Ich glaube hier sterbe ich das erste Mal. Oh, leck mich. Ja komm. Warte. Ich kümmere mich kurz erst um den hier. Oh Gott. Yo, 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 yo. Meine Energie. Nein. Ich hab mich verdrückt. Ich hab, aus irgendeinem Grund, ich weiß jetzt nicht welches Spiel ich grad im Kopf hatte. Aus irgendeinem Grund wollte ich mit, 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 mit RT ablenken. Äh, ablenken. Äh, abwehren. Meine Güte. Das ist ein bisschen peinlich jetzt. Da bin ich auch wirklich doof angestellt. Naja, egal. Komm, kriegen wir ihn. Ja, wissen wir. Es ist nicht so, dass ich Y gedrückt hätte. Ah, ja. Roten Angriffen muss ausgewichen werden. Auch das hab ich begriffen. So. Oh Gott. Ja komm. Greif doch mal an jetzt. Oh Gott. Ich vergesse dann auch immer das Blocken. Und ich sterb nochmal. Egal. Aus Fehlern lernt man. Hoffentlich. Scheiße. Ja, ja. Den zeig ich gleich noch. Okay, komm. Jetzt. Ja, das müsst ihr mir jetzt nicht jedes Mal erzählen. Ja, das müsst ihr mir jetzt nicht jedes Mal erzählen. Auch? Ja, komm. Ja, komm. Mach doch mal was. Okay. So, komm. Attacke jetzt. Greif an. Greif doch an, du Wichser. So. So, komm. Jetzt hier, komm. Kämpf, Junge. So. Ausgewichen. Ja, ich muss halt noch lernen. Aber wir kriegen das schon hin. So. Oh, oh. So, jetzt aber. Auch wenn ich ein bisschen länger gebraucht habe, aber ich muss mich auch erst mal dran gewöhnen. Kriegen wir hin. Okay, der hat mich erwischt. Okay, da sind wirklich voll die Gurten hier. Aber man kriegt jetzt weniger Energie zurück oder gar keine Energie zurück. Doch, jetzt. Okay. Also immer, wenn man Kampf gewonnen hat. Okay. Ich gucke mich jetzt hier auch nochmal um. Natürlich. Kann man da hoch? Kann man Wandsprünge machen? Naja, zumindest jetzt noch nicht, anscheinend. Ich weiß, ich soll da lang, aber ich möchte jetzt trotzdem nochmal in Ruhe gucken. Ein Rematch will er. Ah, ja. Okay. Ja. Ich habe mich halt gerade blöd angestellt, aber hey. Wie gesagt, man lernt das langsam. Und Leute, die, ich sage mal, so eine Art Spiel regelmäßig spielen, die haben natürlich weniger Probleme als ich, aber hey. Okay. Meine Herren, damit ihr Bestellungsgeld vollständig bezahlt wird, wartet an den Docks auf eine schneidige junge Frau mit einem Federhut. Ah, ja. Die ich ins Wasser werfen wird. Bitte stellt keine weiteren Fragen gezeichnet. El Vigilantil. Na dann. So, this must be another trial. Stoss Gegner ins Wasser. Go on. I'm being paid hands on me to do this. Okay, also können wir die so tatsächlich treten. Don't you people have anything better to do? You bet. This is easy money. Ich dachte, ich nutze mal die Gelegenheit. Oh, guck mich um. Okay, das Springen ist nicht so gut in dem Spiel. Aber darauf ist es ja auch nicht ausgelegt. Darauf ist es ja auch nicht ausgelegt. Jaja, da gehen wir gleich lang. Ich gucke halt nochmal kurz. Vielleicht finde ich ja noch ein Hühnchen zum Streicheln oder ähnliches. Kann man hier hoch? Nicht? Gar nicht nicht? Okay. Ich dachte, ich probiere es halt mal aus. Kann ich das umdrehen? Ups. Nee. Okay. Das soll wahrscheinlich hier hoch, dann da ran. Yep. Schade, ich habe gedacht, ich könnte den halt komplett stealthen. Also ich habe auch damit gerechnet, dass wir das jetzt irgendwie lernen. Okay, da können wir auch nicht hoch. Gut, ist halt auch kein Assassin's Creed, ne? Auch eine Spielereihe, die ich eigentlich noch nachholen möchte. Weil, ja, ich habe tatsächlich noch nicht ein einziges gespielt davon. Ja, okay. Ich habe mir erstmal geguckt, was da passiert. Okay. Manche Gegner widerstehen euren Tritten. Ja, aber ihr könnt sie treten, während sie überrascht und betäubt sind. Und da steht nicht und, sondern oder. Aber egal. Das ist halt ein Tutorial, darum bewegen sich die Burschen halt nicht. Damn. Gegner können in verschiedenen Fallen getreten werden, ja? Okay. Das ist eigentlich ganz geil, ey, dass du halt die Umgebung nutzen kannst. Und auch nutzen musst. Zum Großteil. Eigentlich voll geil, dass die Häuser so gebaut sind, dass die hier schön am Wasser sind. Die haben hier ihre Stege. Und auch diese Graffiti-Kunst mit der Sonne ist schön. Oh. Das... Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Da ist aber einer ganz mutig, wa? Oh, fuck. Jetzt stelle ich mich wieder an wie der... Idiot! Vor dem Herren. Okay, warte. Okay, warte. So. War eine knappe Angelegenheit. Okay, meine Energie kriege ich nicht wieder. Ponfin! Endlich ein Fahndungsplakat, das mir wirklich gerecht wird. Joa, sieht gut aus. Oh, Mann. Ich muss gleich noch mehr kämpfen. Rotkohl. Geil. Schön zum Weihnachtsessen. Zur Gantz oder zur Ente oder zum Paninchen. Okay. Das ist fies! Yo! Jetzt bin ich so irritiert, ja? Ich muss hier lang. Hauptsache, ich muss die Kämpfe nicht nochmal neu kämpfen. Ne, anscheinend nicht. Boing! Wie gesagt, die Sprünge sind so eine Sache in dem Spiel. Boah. Okay. Von den Sprüngen bin ich schon mal kein Freund, weil die fühlen sich nicht gut an. Die fühlen sich so unkontrolliert an. Die fühlen sich echt unkontrolliert an. So, he's just going to lead me through an entire Garrison of Guards? His brain must have dried up. Has he lost his mind? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab kaum noch Energie. Ah, jetzt hab ich wieder Energie. Okay. Oh Gott. Das wird ja eine lustige Partie hier. Oh, ihr Wichser. Nein! Ausreichend rot war das doch. Ja. Oh, leck mich. Dann jetzt. Mann ey, das ist mit der Kamera beschissen. Okay, das ist jetzt Heulen auf ganz großem Niveau. Wo? Ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, noch angefressen von den Sprüngen. Ah. Nee, Pranko, du bist angefressen von deiner Unfähigkeit. Das, äh, auch. Stoße einen Gegner ans Wasser. Ja. Oh, du Eierkopf. Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Ja, war ein roter Angriff. Dass man da aber auch so hart unterscheidet, ey. So. So. Okay. Ein Gegner an den Waffenständer schubsen. Oh, ja. Wie, ich wollte... Warte, ich erkläre euch gleich, was das Problem ist. Ich will immer... Oh, jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, aus welchem Scheiß Spiel ich das gerade habe. Ich will immer auf RT abwehren. Nein. Y-Psylon-Pranke. Y-Psylon. Nicht RT. Kann das sein, dass man das irgendwie bei Ninja-Guiden oder so macht? So. Ja, ist doch gut. Oh, Mann. Oh, ich wollte schon wieder auf RT abwehren. Ich muss mir das abgewöhnen. Warum habe ich das denn so verinnerlicht? Obwohl ich jetzt ja... Meine Güte. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich halt so viel Zeit mit Ninja-Guiden verbracht habe. Ja, ist eh schon gescheitert. Töte mich. Ich muss ja die Aufträge da oben erfüllen. Wie? Ich muss mir das abgewöhnen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist so in mir drin, dass da abwehren ist auf RT. Das ist so in mir drin. Das muss ich ablegen. Das muss ich ablegen. Ich weiß nicht, warum. Ja, obwohl. Ich habe ja erklärt, warum. Warum? Okay. Komm. So, dann bin ich die schon mal los. Komm, dich auch noch. Komm her hier. Komm, 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 komm. Komm. So. Okay. Vor allem, da ist halt Treten, wo ich abwehren will. Wie gesagt, Abwehren auf Y-Pranke. So und nicht anders. Da treten, da nicht abwehren. So. Aber ich denke, wenn ich jetzt am Ball bleibe, werde ich mich da schon einspielen. Zumindest hoffe ich das.